Willkommen zurück bei Madrid Other Prime. Ja, 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 ich bin verrückt, ich weiß. Der NRW über 18 wird ja hier. Es ist wieder ein bisschen Madrid Prime Zeit. Ich habe leider nicht so viel Zeit wie in den letzten vergangenen Tagen, denn ich bin ab heute auch wieder arbeiten. Und ja, das heißt, es wird einen, den einen wird es freuen, weil jetzt kommen nicht mehr so viele Madrid Prime Teile. Und ja, dem anderen wird es nicht so gefallen. Aber nun gut, Hinweis zum Forschungslabor Hydra folgend. Und ja, heute Abend, also heute jetzt, haben wir gerade kurz nach 12, Dienstagmorgen. Das heißt, ich werde jetzt hier vielleicht ein oder maximal zwei Teile machen und dann werde ich auch ins Bett dann huschen. Den Modellbahnteil, der neue, der ist auch schon fast fertig. Da muss ich noch den letzten Handschliff noch anlegen. Aber da keine Sorge, der wird auch jetzt in den nächsten Tagen online gehen und dann seid ihr da auch versorgt. Und hier, wie gesagt, ein oder zwei Teile maximal. Und dann will ich schauen, wie weit ich hier komme. Ich bin einfach zu aufgeregt, als dass ich jetzt hier irgendwie... Es war schon furchtbar, gestern hier nicht spielen zu können. Und ich will wissen, wie es hier weitergeht. Also, weiter geht's. Dem violett markierten Türen ist in Richtung Süden zu folgen. Aha. Um zum Forschungslabor Hydra zu gelangen. Aha. Aber kommen wir von da nicht? Was? Ja. Forschungslabor Hydra. Was? Quarantänebereich. Ostturm. Da, Forschungslabor Hydra. Da waren wir doch schon. Ah, ja, 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 ja. So, wir können nämlich jetzt wieder zurück in die ganzen anderen Welten. Unter anderem in... Ah, wo war das? Die Ruinen der Shosu. Genau, da will ich hin. Da gibt es nämlich eine ganz bestimmte Stelle, wo es auch eine violette Tür gibt, wo ich nicht weiterkam, weil mir der Spider-Ball fehlte. Den haben wir jetzt. Und deswegen werden wir da jetzt hinschleudern. Ähm, ne, das ist Speichersituation. Höhlen von... Ah, das ist natürlich jetzt kacke. Transportermäßig haben wir jetzt hier echt nur einen, nämlich wieder zurück zu den Höhlen. Aber das soll mir jetzt erstmal egal sein. Wir machen uns jetzt erstmal da weg und dann da durch die blaue Tür und dann dahin. Ja, denke ich mal, das ist jetzt die Aufgabe erstmal. Haben wir hier sonst noch irgendwas zum Scannen? Da haben wir da was zum Scannen. Hinweis zum Sicherheitsbereich des Gletschers 1 folgend. Dem Forschungsbereich zugewiesenes Personal hat sich direkt zum Kontrollpunkt zu begeben. Ja, alles für die Scanquote. Och nein. Das meine ich. Das ist so ätzend. Wenn... 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 Ja, klar, jetzt fahr doch noch runter, Samus. Moment mal, hier ist doch schon die Tür gewesen, oder? Hier irgendwo war doch die Tür. Oh, Kingers, gehst du mir auf die Nerven. Jetzt verrecke endlich. Da ist die Tür. Wollte doch sagen. Ist es auch die richtige? Ja, es ist die richtige. Na, öhm, Samus. Geht er? Ah, die nur wieder. Ihr attackiert mich hier. Ihr attackiert mich jetzt irgendwie alles. So, das, das, das. Ja, war doch noch irgendwo einer, oder? Ne, ah, ihr wart hier. So, hier komm ich, glaub ich, immer noch nicht rein. Hep. Das weg. Ja, da komm ich nämlich immer noch nicht rein. Nein. Warte. Nein, was ist da drin? Da ist... Und mit tausendprozentiger Sicherheit ist da eine Waffe drin. Ah, so ein Mist. Hoppala. Na, Samus, was machst du? So, die können mich alle mal... Oh, 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 das sind noch zwei. Man muss nicht immer alles töten. Äh... Ja, geradeaus durch, würde ich sagen, ne? Geradeaus durch. Hep. Ah, das war daneben. Das müsste eher da hinten sein. Speichern, denke ich mal, ist jetzt nicht vonnöten, denn, äh, mit so viel Energietank ist jetzt hier kaputt gehen. Also, ich glaub, das schaff selbst ich jetzt nicht. Deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal frohen Mutes, ah, zu den Höhlen von Magmoor. Und wieder runter geht's, ne? Jawohl, es geht wieder runter. Und dann zu den Ruinen der Shuzu. Und dann, wie gesagt, zu einem besagten Raum, wo wir dann nur mit dem Spiderbowl weiterkommen. So. Ich hätte das jetzt auch schneiden können, aber ich finde, warum sollte ich... Es ist doch viel schöner, das mit euch zusammenzuspielen. Ja. Äh, Talon Oberwelt. Und dann von da aus muss ich wahrscheinlich wieder... Ja, oder direkt dahin, ne? Ah, ich denke mal, ich gehe zuerst zur Talon Oberwelt und von da aus dann, äh... Zu den Ruinen. So, das wollte ich sagen. Ansonsten, was gibt es Neues? Nicht wirklich, was so gern ich euch etwas Neues mitteilen wollen würde, aber ich bin... Ah, nein, 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 nein. Ja, klar, jetzt hab ich hier auch die... Oh, nein. Was macht er da oben? Ja, komm. Und jetzt... Ja, klar. Diese Scheiße, die die hier mal veranstalten. Wo sind diese dämlichen... Na nur, wo sind die denn? Da ist noch einer. Nein! Oh, ganz toll gemacht. Ja, klar. Okay, was hab ich eben gesagt? So blöd werd ich mir nicht sein. Mach die Scheiß-Ports auf. Oh, ich bin sogar richtig gegangen. So, und hier unten, wie gesagt, da gibt es eine Waffe, die ich noch nicht bekomme. Ja, 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 ja. Das hab ich jetzt auch kapiert. Hier warten wir. Da kommen wir nicht rein. Hä? Äh, was ist das? Na, ein Rohr. Achso. Ich mein, vielleicht mal ein bisschen Energie wieder auffüllen. Oh, komm. Du hast mir jetzt gerade nur gefehlt. So, das... Ja, ich war jetzt hier gerade ein bisschen verschwenderisch. Ich weiß. Aber hey. Hier warten. Die Tür schon mal anschießen. Und jetzt durch. Und einer von euch hat gefragt, wofür die Anzeige da links mit dem Ausrufezeichen ist. Also so ganz bin ich da auch noch nicht hintergestoßen. Ich bin jetzt auch leider Gottes nicht dazu gekommen, im Handbuch nachzugucken. Aber es ist... Nein! So geht's auch. Es ist auf jeden Fall... Hat es was mit, ähm, dem Gefahrenpotenzial zu tun, der ja hier herrscht. So, hier war, glaube ich, äh, es zu high... Oder? Ach, nein! Hier kam ich ja auch nicht weiter. Genau. Wegen den Bahnen. Aber die Frage ist jetzt... Wenn ich da nach hinten gehe, wo komme ich da hin? Ich will's wissen. Oh, 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 oh so ein sheet schade ich wäre ja auch gerne weiter gekommen aber egal wir müssen jetzt immer darauf beschränken jetzt mal bei den ruinen der show so in den einem raum weiterzukommen so und wie gesagt das ausrufezeichen für ein gefahrenpotenzial was hier in der nähe herrscht und je näher wir diesem gefahrenpotenzial kommen desto höher schlägt die anzeige aus eigentlich relativ easy total an oberwelt jetzt sind wir hier wieder jetzt muss ich gucken wie ich von hier aus hallo danke ruin der schuh so das ist doch schön das heißt hier hoch da und dann dahin ja also auf geht's hier so wie ich mein glück kenne sind jetzt hier auch wieder unzählige weltraum piraten naja ist noch geht man überall gegner hier naja ihr könnt mich mal gern haben ihr könnt da unten rum kriechen so viel ihr wollt man muss hier nicht immer alle gegner töten das sage ich mir immer und immer wieder soll hier dann das bäumchen hoch so dann hier hoch hier hoch und da oh das war es schon ja das war es schon es kann manchmal so einfach sein soll ihr geht mal alle runter so dann muss ich jetzt lass mich überlegen ja genau einfach nur noch links abbiegen und dann müssten wir schon da sein da rein rein das ist unglaublich Tür auf jawohl ja ist klar ist mir jetzt egal wir sind jetzt ruin der schuh so unten müssen wir dann nur noch links abbiegen und beziehungsweise oben gleich links abbiegen und dann sind wir auch schon da wo ich hin wollte schon ist gut wie lange ist der teil schon komm samus wir haben nicht ewig zeit hierdurch an alle sind die westlichen schüttel 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 wir sind ja jetzt ganz woanders warte ich hier kack jetzt habe ich total den überblick verloren jeweils geht ja nicht anders das muss jetzt die genau hier und jetzt gleich links doch ne 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 ich habe alles zurück ich habe alles zurück so ja meine güte was war jetzt gerade los hier schon lange nicht mehr samus hier gespielt ja das ist doch genau richtig das muss man sich jetzt im ball machen jawohl hier durch hier durch und dadurch ihr könnt mich alle mal gern haben ja und muss da jetzt immer doch so jetzt fängt das wieder an warte jetzt muss ich nur die richtige taste finden und drüber jawollo so jetzt muss ich nur gucken wo die bahn anfängt da aber da fängt sie an zack ist das geil äh ja was samus wie rum denn jetzt wie geil nein andersrum äh nein oh samus du blöde Kuh ach das ganze nochmal so da sagen wir jetzt nix zu da sagen wir jetzt echt nix zu da jetzt zuerst vorwärts dann rückwärts so man muss nämlich aus vorwärts muss man rückwärts machen und dann direkt umgekehrt so endlich ein neues gebiet wo geht es hier hin das ist jetzt zugangskorridor zum turm des lichts hier kommt dann gleich auch wieder so viecher oder das gefällt mir ja mal gar nicht hier turm des lichts hier kommt jetzt bestimmt ein endboss oder weltraumpiraten eins von beiden wasser oh gott ein endboss wetten nö gar nix hier kommt gar nix was ist das denn na das sind mir die liebsten räume turm des lichts okay dahinter geht es weiter so was haben wir denn hier da oben hat mal was diese säulen aus schwefelstein weist größere risse auf aha und sonst haben wir nix gar nix so wie konnte ich schwefelstein nochmal kaputt machen das wasser sieht mir irgendwie nicht irgendwie schön aus so jetzt bin ich hier jetzt bin ich aber nicht wirklich weiter kann ich hier irgendwo anders drauf da oben denke ich mal kann ich als morphball rein das moment mal na das heißt ich muss wohl ins wasser wa auch wenn mir das nicht gefällt ah ok ja ich muss runter klar zuerst ist das alles klar das wasser und jetzt ist auf einmal alles blau hier ist doch auch irgendwo etwas übrigens man hat mir auch schon wieder gesagt hm du hast ein energietang übersehen äh da kümmere ich mich bei gelegenheit drum da bin ich jetzt auf die schnelle nicht zugekommen so ah hier geht es also wieder da komme ich aber nicht hoch ach was ist das denn komme ich hier nein auch nicht ach das ist doch zum mäuse melken samus dann schwimm doch hoch mit deinem 500 gramm panzer hier anzug das ist doch zum mäuse melken warte gibt es da irgendwas zum scannen nein den anderen visor mal ja da ist die tür toll komm ich aber nicht hin da sind fischis und ansonsten weder risse noch irgend was anderes toll das hat es ja jetzt echt gebracht bin ich hier noch fall also muss ich hier noch gar nicht hin oder ach das ist eigentlich alles gehopst wie gedötzt manno ich übersehe doch hier was irgendwas offensichtliches übersehe ich hier komm ich hier durch irgendeine luke rein oder aber für alle ach nein oh nein oh nein ich oh nein ich ich stelle mich in die ecke und schäme mich ach das kann doch nicht sein ich hab's eben nicht gesehen aber jetzt muss man hier äh hallo was ist denn das jetzt schon wieder für ne kacke na das war nix na das das war auch nix jetzt wieder das richtige timing finden ja sagen wir uns wie wär's mal nach vorne es kann sich nur um jahre handeln freunde es ist es ist es ist nein samus nicht drehen oh diese fach na warum kannst du nicht einfach so da reingehen oh da gibt's noch eine okay schaffe ich das da auch hin ich mein turm des lichts das heißt also ich muss mich nach oben kriechen äh oben oben dingsen hier was ist denn das ein neuer eintrag okulus auf mauern heimisches elektrische impulse abgebendes kriecht hier der okulus zeigt sein einzelnes auge während er aktiv ist das ihn umgebende elektrische fällt hält die meisten räuber von ihm ab spürt der okulus eine drohende gefahr so zieht er sich in seine undurchdringliche schale zurück dieses verhalten schützt ihn vor fast allen angriffen die ihm in der talonischen wildnis wieder fahren können ok aber man hat nicht mit einer samus aran gerechnet ok oder vielleicht doch ok also er wird da rot also er nimmt doch schaden und er nimmt nur seine ok wenn du das willst dann können wir das doch gerne anders machen nämlich hier eine super missile nimmt er auch so weg ok dann hat er gewonnen nein 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 jawoll ups ok das heißt da komme ich nicht hin das heißt hier muss irgendwo eine andere plattform sein das ist die einzige hier in der nähe eingehende scan daten örtliche temperatur was niedrige temperatur an der ruinestätte geordnet ja und nebenkammer what the heck ofenanlage da hinten ist doch eine weiße tür da komme ich doch gar nicht rein ach herrje da oben ist auch kein ausgang mehr der einzige ausgang ist unten der der unter wasser steht na das hat ja voll was gebracht der teil hier ja freunde sagt was rauf runter links rechts osten süden westen ich habe keine ahnung ich habe echt null ahnung weil ich komme ja auch ja jetzt nicht mehr hoch da selbst wenn ich gerade springen würde kann ich nicht so hoch springen da ist die nächste plattform hm 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 tja ich würde sagen dann verbuchen wir diese folge unter der rubrik schön dass wir mal drüber geredet haben da ist auch kein grapple beam oder so wenn ich den grapple beam ja irgendwo sehen und entdecken würde würde ich ja sagen okay geht nicht aber rums ja achso kann nicht geöffnet werden ja ist auch gut das ist hier warte mal vielleicht da unten nochmal gucken ich möchte einfach noch gucken wenn nicht dann gehen wir speichern und dann soll es das auch gewesen sein na scannen können wir auch hier nicht na es bleibt ein mysterium warte mal warte mal äh moment ne warte ne warte ach man ne es bringt nichts es bringt nichts es bringt nichts ja wieso bin ich denn eben so hoch gewesen nur komm hoch mit dir nein na das war die verkehrte richtung da es ist doch nicht mehr viel man komm bleibt doch einfach daran kleben und es bringt nichts mal samus freunde wir gehen zum speicherstand äh zur speicherstation und dann ja soll es das für heute gewesen sein es ist zum mäuse melken da hinten war eine weiße tür und ich weiß nicht dass entweder powerbomben oder warte warte die weißen da die weißen ist nämlich links sehen wir fragezeichen genau wie die roten also eins wird davon ähm powerbomben sein und die anderen was haben wir denn da ähm plasma beam wahrscheinlich irgendwie sowas ach man ja hier geht es auch nirgendswo weiter naja da war ein käfer der kann mir mal getrost den bürzel runterrutschen und nein sind jetzt nein ah da waren sie schon auf dem boden so hier durch die tür die nächste speicherstation ist unser raumschiff glaube ich oder ach nee das war dann wieder die talern oberwelt ja 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 da kommen wir auch nicht weiter wie auch immer man da hinkommt da ist die nächste speicherstation ja wo müssen wir nochmal hin ganz nach hinten ne ja nebenkammer temperatur abweichung geortet da ist auch mit sicherheit ist da der nächste endboss aber mit so hoher wahrscheinlichkeit nach dem moment hier unten müsste ich rein oder jawohl jetzt wäre ich fast schon wieder in die falsche tür gegangen ja es tut mir leid dass ich euch jetzt heute nicht so viel zeigen konnte wie ich eigentlich vor hatte euch zu zeigen aber ihr seht ich habe mein bestes getan und es war aber leider nicht gut genug ach komm ist scheiß drauf genau hier war das genau hier war das ruinen der schuss sind wir angekommen haben jetzt hier auch ein neues ziel und wie wir dahin kommen bin ich sehr gespannt drauf das aber erst im nächsten teil ich haue mich jetzt in die falle morgens wieder früh aufstehen und ja wie gesagt der modellbahn teil der kommt auch noch keine sorge und dann sehen wir uns hier beim nächsten mal wieder bis dahin nrwboy18 gute nacht und adieu schön du bist jetzt du bist 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 Untertitelung des ZDF, 2020